Musik Hallo, ich bin Ministrantin hier in Ingelheim. Ich komme eigentlich aus Freuweinheim, St. Michael. Jetzt stehe ich hier an der Kirche in Oberingelheim, St. Michael. Ich bin seit sieben Jahren Missdienerin, bin damals nach der Kommunion gleich da reingerutscht, weil ich einfach mit meinen Freundinnen das gemacht habe und mir hat es gleich Spaß gemacht, weil wir einfach eine coole Truppe waren und zusammen viel Spaß hatten und auch jetzt noch viel Spaß haben. Es kommen immer mehr dazu, es gehen natürlich auch welche nach der Zeit, aber wir machen immer wieder coole Aktionen, zum Beispiel gehen wir zusammen, machen wir Ausflüge oder machen wir wie heute jetzt einen Stationenlauf. Ich werde dann irgendwann jetzt auch bald Gruppenleiterin, das heißt ich führe die Ministranten so mit anderen zusammen an, überlege mir neue coole Aktionen, die wir dann gemeinsam machen. Und genau, das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich zusammen mit den anderen etwas unternehmen kann.